Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Nerdybox. Ich bin's wieder, euer Jens von Nerdytalk und ja, es hat ein bisschen gedauert seit unserer letzten Unboxing-Folge. Da ging's glaube ich noch um meine neue Life-Proof-Nyd-Hülle und heute kam der DHL-Mann dann in den frühen Morgenstunden netterweise mal wieder vorbei und hat uns ein nützliches kleines Tool vorbeigebracht, das euch Mario ja schon in einem kleinen Software-Tutorial vorgestellt hat. Und hier haben wir jetzt mal die passende Hardware dazu für den geübten oder angehenden Konsolen-Let's Player. Es ist die Live Gamer Portable von Avermedia, ein sehr, sehr nützliches und ultraportables Streaming- und Recording-Device. Und was das kleine Ding hier alles so mit sich bringt und was wir unter dieser netten Verpackung alles finden, das zeige ich euch jetzt mal. Das Ganze ist übrigens bei Amazon aktuell für 139 Euro zu erwerben und ich muss sagen, ich habe von Mario da schon ein paar Ergebnisse gesehen und mir auch die Möglichkeiten des Gerätes schon mal etwas genauer angeguckt. Der Preis ist wirklich wert, leider Gottes habe ich das Gerät vor vier oder fünf Tagen erst erstanden und habe tatsächlich noch 10 Euro mehr bezahlt, ebenfalls bei Amazon. Wenn wir die Verpackung aufmachen, finden wir als allererstes unsere kleine Live Gamer Portable. So sieht sie aus, ist also wirklich super Handformat, kann man sagen. Auch für die Technik, die da wahrscheinlich drinsteckt, relativ leicht, das ist überhaupt kein Problem. Wir gehen einmal durch, wir haben hier am Rand, haben wir diesen netten Schalter. Da können wir also umswitchen zwischen SD-Karte und PC. Warum? Das bezieht sich einfach auf die Recording-Funktion. Ihr habt also einmal hier über einen, wie ich jetzt gerade sehe, offenbar doch recht eigenen USB-Anschluss, aber das passende Kabel ist natürlich mitgeliefert, die Möglichkeit direkt per USB über euren PC zu recorden oder aber noch portabler quasi auf der anderen Seite hier einen SD-HC-Kartenschlitz, wo ihr also von eurer Konsole direkt auf die SD-HC-Karte aufnehmen könnt. Empfohlen wird da selbstverständlich mindestens eine Class 10. Die kostet ja mittlerweile auch nicht mehr so viel, aber da hier 1080p-Recording mit bis zu 60 FPS überhaupt kein Problem darstellt, braucht man natürlich auch dementsprechende Leseraten. Und da gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Da haben wir nämlich die wirklich interessanten Anschlüsse. Ich hoffe mal, man kann das hier halbwegs lesen. Moment. Ja, so halbwegs, genau. Wir haben also ganz links einmal diesen AV-In. Das ist zum Beispiel für alte Composite-Konsolen oder auch hier für die Wii oder Gamecube und so weiter und so fort, die also noch keinen HDMI-Anschluss besitzen. Dann haben wir eben die zwei genannten HDMI-Anschlüsse. Das heißt, ihr geht einmal links von eurer Konsole in die LGP rein und rechts über den Out natürlich schickt ihr das Bild weiter an euren Fernseher oder Computerbildschirm, was auch immer, womit ihr natürlich zocken wollt. Ihr wollt ja auch was sehen dabei. Und ganz rechts für etwas andere Settings, vielleicht auch in Verbindung mit Composite oder wenn ihr ganz bewusst nur Ton aufnehmen wollt, haben wir das Ganze also nochmal mit einem Audio-In und Out auf 3,5 mm Klinkenanschluss bzw. Buchse. Ja, das war es soweit schon. Wie gesagt, wirklich super klein, super praktisch. Ich lege es jetzt einfach mal hier so hin und was wir noch in der Box haben, gucken wir uns jetzt mal an. Da haben wir als nächstes, schwupps, auch ein nettes kleines Mitbringsel. Wir kriegen nämlich ein Xplit Broadcaster Gift Certificate. Und Xplit, eine, ja, neben der von uns verwendeten Open Broadcaster Software, die ist komplett gratis, ein sehr, sehr praktisches und flexibles Software-Tool eben von Xplit, das normalerweise allerdings Geld kostet. Es gibt auch eine Gratis-Version davon, die ermöglicht allerdings unter anderem zum Beispiel kein Full-HD-Recording und hat, glaube ich, auch noch ein paar andere kleine Einschränkungen. Hier kriegt ihr aber, wie ihr auf dem Karton schon sehen konntet, hier unten rechts, mit Erwerb der LGP ein 3-Monats-Premium-Abo quasi umsonst. Also es ist kein Abo, keine Panik. Es läuft, soweit ich weiß, einfach aus. Und danach müsstet ihr das halt bezahlen. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Oh, ein etwas größerer Karton. Schwupps. So, ja, dickes Paket hier. Und hier nehme ich jetzt mal an, jawohl, hier haben wir jetzt den riesen Kabelsalat drin. Denn, und das ist jetzt ausnahmsweise positiv anzumerken, die LGP wird wirklich mit allem ausgeliefert, was das Herz begehrt. Und wir gehen das Ganze einfach mal durch. Wir haben also das angesprochene Composite-Kabel hier mit dem etwas eigenen AV-In-Anschluss für, wie gesagt, die älteren Konsolen. Dann, wir bekommen ein, ähm, ja, ein AUX-Kabel, äh, Entschuldigung, ein USB-Kabel mit, äh, hä, okay, doch mit Mini-USB. Alles klar. Mini-USB, wo war denn der Anschluss? Da, okay. Also es scheint doch ein handelsüblicher, äh, Mini-USB-Anschluss zu sein. Das habe ich anders gesehen, tut mir leid. Dann kommt ihr da also auch mit diesem Kabel hier rein, was zum Beispiel den, äh, den Ladekabeln vom Playstation-Controller und Co. relativ ähnlich sieht. Umso besser das Ganze, wie gesagt, hier auf USB, um also am Computer zu recorden. Noch dazu, äh, haben wir, ah, ja, genau, ähm, ein Playstation-3-Kabel für die, die also keine HDMI-Möglichkeit haben, seht ihr hier diesen etwas eigenen Sony Composite-Ausgang und, ähm, den natürlich auf der anderen Seite wieder verbunden mit dem AV-In der LGP. Dann bekommen wir, hier ist es, noch ein, äh, AUX-Kabel, 3,5 auf 3,5 Millimeter Klinke, ne, wenn ihr das nicht braucht, äh, so wie ich zum Beispiel, könnt ihr das so einfach mit ins Auto nehmen, ist auch ganz praktisch für ein bisschen Musik vom Smartphone oder ähnliches am Radio. Dann haben wir hier auch noch ganz nett für unterwegs, äh, eine nette kleine Schutztasche, die aus, ja, weiß ich gar nicht aus welchem Material ist, aber fühlt sich soweit ganz, ganz gut. An, schön weich, gut gepolstert, ähm, gucke ich mir nachher mal an. Und tatsächlich auch ein mitgeliefertes, zwar relativ kurzes, aber sehr egal, ähm, HDMI-Kabel, das ihr natürlich je nach Aufstellung wahlweise zwischen, äh, LGP und Konsole oder LGP und PC, wie gesagt, was von der Aufstellung her mehr Sinn macht, klemmen könnt. So, das war's soweit, zumindest schon mal an Kabeln, ansonsten gucken wir hier nochmal kurz in den Karton und da haben wir hier noch ein bisschen Werbung von der Gamerzone, avamedia.com und natürlich ein kleiner Quick Guide in, äh, sechs unterschiedlichen Sprachen. Das Wichtigste haben wir, glaub ich, geklärt, denn Englisch und Deutsch ist dabei. Hier also nochmal schön bebildert, wie ihr das Ganze richtig verkabeln müsst, aber ich glaub, das ist so mehr oder weniger selbsterklärend mit den mitgelieferten Kabeln. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze am PC, äh, konfiguriert wird, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob es da eine direkte Mac-Anbindung gibt, aber ich denke mal schon, ähm, wie gesagt, Mario hat, ich packe es einfach mal hier unten, da in die Ecke, ähm, hat ja für euch ein kleines Software-Tutorial bereits gemacht, sowohl mit X-Split als auch mit OBS. Und da euch sogar seine, ähm, ja, für ihn überzeugendsten Einstellungen für Let's Player oder eben für andere Tutorial-Videos vorgestellt mit der Live Gamer Portable, kann ich euch absolut nur empfehlen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, versucht doch einfach mal hier unten, da ganz, ganz dick auf den Abo-Button zu drücken. Ähm, wir würden uns freuen und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Nerdy-Tech oder Nerdy-Box mit mir, euer Mjens, tschüss!